So, Freunde, es geht weiter. Ich zocke mal was Schnelles. Obwohl. Na ja, den E-75. Mal die dicken Pötte ein bisschen leveln. Auf Highway. Hm. Mal gucken, welche Seite... Oh, ganz oben bin ich. IS-8 als Gegner. Ein Jagdweger. Ja, geht klar. Aber Arm-X-50 fort, den finde ich auch noch richtig geil. Der macht auch richtig Damage, glaube ich. Doch, 700 oder so. Ach, T-34. Ja, die hasse ich ja auch. Wie die Pest. Und dann noch wieder zwei dicke ATs. Och, nee. Ja, komm, lad schneller da. Wo gehe ich denn in der Stadt? Oh, hallo, Arm-X. So, mal wieder Bescheid sagen, damit die sich nicht benehmen wie die Achse im Walde. Oh. So, go, go. Ach, ey. Mit meinen 30 komme ich ja nie hinterher. Äh, so. Na, ich hoffe mal, das wird richtig hier. IS-2. Ist halt nicht der... Och, alter. Halt doch mal da drüber gerade. Ich kenne... IS-2 ist, glaube ich... von den neuen Chinesen oder so, glaube ich. Ich weiß, hat schon gar nicht mehr... Ey, so lange nicht mehr gezockt. Haben wir denn da hinten? Ja, super. Bergauf mit 9... 10 kmh. Das kann so nix werden. Mensch, das Kinder. Kommt nach hinten. Panther 2. Okay, was schnell das? Ja. Ah, Tiger, alles. Ja, gut. Ja. Ja, ja. Äh. Okay. Das geht so schon mal nicht. Dann könnte ich so einen reinpfeffern, ne? Wie kacke der aussieht. Na gut. Oh, wer ist denn da hinten schon? Wieso ist denn der schon fast kaputt? Ich hab... Och, ein IS kommt auch noch. Ja, super. Wollen wir mal aufpassen, dass die... eigentlich spotten und in der Seite einen rein sammeln. Geht nimm mir ruckzuck hier. Einfach mal... Ja, T-34, du bist gut, ey. Hallo, yes. Ich glaube, wir erst mal... Och, du Scheiße. Kommt denn hier alles? Und der T-34, ich... Ehm, am Stock gehe ich. Ach, das missfällt mir, ey. Oh, Alter. Ich sagte, amix 50. Ach, treffe ich wieder nicht, ey. Ja, Jungen, es ist gut hier, ey. Bin ja auf den Pies. Hallöchen. Och, ist klar, Alter. Ja. Wo bist du? Komm mal her. Oh, nee. Ach, das ist das dickste Appi, ey. Komm raus, Komet. Oh, hier ist auch. Kommen wir nur nie ran, ne? Ach, Scheiße. Ach, die Atti hat mich schon wieder voll... Ja. Ja, super. Ich krieg' Platz, ey. Hallo? Hier. Ach, komm ich sogar dran. Jetzt muss ich aber abhauen, ey. Ach, Kacke. Haut ab, ey. Kein Bock auf euch. Oh. Haut ab jetzt, ey. Die Scheiß-Art hier, ey. Vergeht mir hören und sehen. Ja, super, ey. Das wird ein schnelles Ende. Das ist ja jetzt schon. Okay, bin ich auf den Sack, Atti. Ach, du hättest... Hab ich den getroffen? Nee, ne? Na, jetzt muss ich irgendwie die Atti verarschen. Nur wie ich dat mach, weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz. Ach, Alter. Ja, hat's hier erledigt, ne? Damte Hacke. Ja, oh, Tiger AFK, auch sehr schön. Ach, macht dat wieder einen Spaß. Na ja, keine lohne Runde. Ich sag mal, bis denn. Ja, ich sag mal, Doc. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.